Hi Leute und ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Mandalorian Review. Wir reden heute über Folge 7, die vorletzte Folge von Staffel 3 von The Mandalorian mit dem Titel The Spies, die Spione. Ja, ich habe die Folge zweimal jetzt gesehen unter zwei sehr unterschiedlichen Voraussetzungen und Umständen. Wir haben nämlich die Folge letzte Woche schon auf der Star Wars Celebration sehen dürfen am Freitag. Im Lucasfilm Showcase Panel haben wir erstmal die ersten 8 Minuten, 10 Minuten oder sowas zu sehen bekommen. Und dann hat Jon Favreau gesagt, dass alle Leute, die auf den drei Bühnen verteilt waren, um sich den Panel anzuschauen, mit diesem wunderschönen Wristband hier die Möglichkeit haben, am Abend zurückzukommen und sich die komplette Folge fünf Tage früher anzuschauen. Und das habe ich gemacht. Das heißt, ich habe die Folge jetzt zweimal gesehen. I was sitting on all these information. Ich habe nichts dazu. Ich wollte kein Video dazu machen oder sonst sowas. Weil ich nichts spoilern wollte. Aber es war krass. Also, es war sehr erfüllend, sagen wir mal, diese Folge zu sehen, sehen zu dürfen. Nachdem die letzte Folge ja sehr enttäuschend war und echt schlecht, dann so eine Folge noch in der gleichen Woche zu kriegen. Es hat sich sehr gut angefühlt. Jetzt müssen wir halt nochmal eine Woche warten für neuen Content. Also, ich musste jetzt eineinhalb Wochen warten, musste jetzt eineinhalb Wochen warten. Aber trotzdem, ich habe mir die Folge heute nochmal angeschaut. Sie ist nicht ganz so gut wie beim ersten Mal, wenn man sie mitten im Publikum schaut, weil es einfach komplett ein komplett anderer Vibe ist. Aber sie ist trotzdem noch extrem, extrem gut. Und ich glaube, eine der besten Folgen von Mandalorian bisher insgesamt. Was mich sehr überrascht, dass sie so schnell die Kurve kriegen. Großer Kritikpunkt für mich ist trotzdem noch, dass es viel zu spät kommt. Also, diese, die ersten acht Minuten, die wir dann, wir haben diese ersten acht Minuten gesehen, ohne Kontext der restlichen Folge. Und wenn man nach Folge 6 diese, die ersten, die erste Opening Sequence mit Moff Gideon und diesem Ding da sieht, dann denkt man sich, irgendwie man hat fünf Folgen verpasst oder sowas. Weil, es kam alles aus dem Nichts. Und das ist mein großer Kritikpunkt an dieser Folge, dass es sich nicht wirklich verdient angefühlt hat, Moff Gideon hier zu sehen. Oder, er kam einfach aus dem Nichts. Es war auf einmal so, okay, wir müssen jetzt die Story voranbringen und wir müssen jetzt ein bisschen Rap-Up machen und ein paar Sachen. Aber auch für die Ahsoka-Serie natürlich etablieren und so. Ähm, und deswegen fand ich, die ersten acht Minuten, zehn Minuten waren cool und echt geil und man hat viel erfahren. Aber es war gleichzeitig auch so, okay, es kam sehr, sehr plötzlich und irgendwie aus dem Nichts. Und, ähm, klar, es gab mal so Anspielungen auf Thrawn oder irgendwie Moff Gideon ist geflohen. Aber dann auf einmal so, boom, und, ähm, dass er erst auch in der vorletzten Folge der Staffel halt dazu kommt, finde ich ein bisschen schade. Und ich finde, da hätte man über die ganze Staffel das ein bisschen mehr aufbauen müssen, ähm, noch ein bisschen mehr, dass es sich ein bisschen verdienter angefühlt hätte. Naja, ähm, trotzdem die ersten zehn Minuten oder sowas, ähm, man hat einen der Spies, natürlich Elia Cain, äh, die noch für Moff Gideon arbeitet, auf Coruscant, die Videonachricht rausschickt, äh, das Hologramm. Und dann hat man natürlich diesen Shadow Council, wo man sich denkt, äh, äh, wo kam das alles auf einmal her? Also, ähm, crazy, man hat, äh, Moff Gideon, der hier mit allen verschiedenen anderen imperialen Offizieren und irgendwelchen Warlords sich unterhält und, ähm, sie einen Schattenkollektiv gegründet haben irgendwie, äh, und es gab diesen tollen Satz, ich weiß nicht, von wem der war, aber wenn wir als irgendetwas anderes wahrgenommen werden als vereinzelte und random, ähm, imperiale Überbleibsel, äh, dann haben sie ein großes Problem, weil dann eben vielleicht sich die New Republic denkt, oh nein, Hilfe, das, äh, arbeitet alles zusammen. Aber man hat verschiedene Leute hier natürlich drin, ähm, verschiedene Fraktionen, man hat, äh, Captain Pelion, der natürlich, also da gab's eine fette Reaktion natürlich, als der genannt wurde, ähm, Captain Pelion, äh, aus Legends hier direkt in Live-Action reingebracht, er sieht extrem akkurat zu dem aus, wie er in Legends dargestellt wurde. Äh, hat sehr gut gepasst und dann hat man Brandon Hux, was der Vater von, äh, Armitage Hux, also General Hux aus Force Awakens, Last Jedi und Rise of Skywalker ist, äh, der von Donald Gleeson gespielt wurde in den Sequels und der Vater wird von Donald Gleesons Fahrt, äh, Bruder gespielt, nämlich, ähm, weiß ich den Namen jetzt nicht, ich hab's vorhin nachgeschaut, ich glaube es ist, warte, jetzt bin ich verwirrt, ist es Brandon Hux oder ist es Brandon auf jeden Fall der Vater von, äh, General Hux ist hier, äh, dabei und wird eben von dem Real-Life-Bruder, von dem Darsteller gespielt, find ich sehr cool, äh, find ich sehr funny, ähm, ist natürlich, man, man merkt, es geht Richtung Sequels und alle Leute haben ja immer so ein bisschen gehofft, oh mein Gott, oder viele Leute haben gehofft, oh mein Gott, ich hoffe, äh, sie machen Mandalorian nicht dafür, um die Sequels besser zu machen und sowas und es war von Anfang an für mich irgendwie klar, dass das der Fall sein wird, weil das haben sie mit Clone Wars gemacht und damit die die Prequels natürlich extrem ausgebaut und jetzt hier so ein riesiges Universum zu machen und so eine riesige große Connected Story, äh, ist natürlich klar, dass sie damit auch die Sequels, ähm, verbessern wollen und werden und man hat's ja schon immer gemerkt mit diesem ganzen Geklone und dass sich im Hintergrund das Imperium ja aufbaut oder die First Order auf so eine gewisse Art und Weise und, äh, das hat man hier natürlich und man hat diese verschiedenen Fraktionen und Pelion und Hux, die eben zusammen an Project Necromancer arbeiten, was finde ich ziemlich offensichtlich Palpatines Cloning und, ähm, Snoke und alles in die Richtung ist, also finde ich, äh, dass das Project Necromancer ist, weil Necromancer ist ja diese ganze Sith-Magie und dieses Darkseid-Gedöns, ähm, dass das Project Necromancer ist und sie wollen für Project Necromancer ja auch die ganzen Ergebnisse und die ganze Forschung von, wie heißt der, hier, Pershing, Dr. Pershing, von dem wollen sie das ja alles haben und er hat ja auch nachgefragt, was ist mit Dr. Pershing und dann hat Gideon so gesagt, ja, also die Neue Republik hat ihn und, ähm, ist leider verloren, auch die ganze Research, mh, und dann hat er gesagt, oh ja, ich hab aber gehört, dass du auf, äh, Navarro deine eigenen Untersuchungen mit den Forschungen von, äh, Dr. Pershing gemacht hast und ihn gefangen genommen hast und so und das sind diese ganzen Klonsachen, die wir in der zweiten Staffel gesehen haben, auf Navarro diese Basis, wo alle dachten, oh, es sieht aus wie Snoke und jetzt, das spricht so ein bisschen gegeneinander, weil, also ich finde, für mich war das immer so die Verbindung zu Snoke und Palpatine und das ganze Geklone und dass Gideon damit irgendwie involviert ist, aber ich finde, jetzt hört es sich so an, als ob Gideon sich eben gegen die anderen stellt und gegen Project Necromancer, was für mich aktuell die, äh, Wiedergeburt von Palpatine ist und das ganze Geklone und Snoke und so, das ist für mich gerade Project Necromancer und in dem Gideon ja Pershing von Elias Cain hat eigentlich umbringen lassen oder sein Gedächtnis löschen lassen, damit eben diese Untersuchungen erstens nicht in die Hand der Neuen Republik kommen, als auch nicht den anderen, äh, Imperials irgendwie dienen kann, stellt er sich ja so ein bisschen dagegen und er stellt sich natürlich auch, big name drop, gegen Grand Admiral Thrawn und seine Wiederkehr und dass Palpatine die ganze Zeit davon redet, dass er ja bald zurückkommen wird und dass es ganz geheim sein muss und so und er ist so, ja, aber wo ist er denn dann? Also wir warten ja, er ist verschwunden, er hört nichts davon, er hört viel, aber nichts von Thrawn. Ist natürlich großes Setup für die Ahsoka-Serie, aber, äh, war auch, war eine gigantische Reaktion, als das gesagt wurde, weil es auch so aus dem Nichts halt kam, ne? Aber finde ich cool, ich bin gespannt, ich glaube, wir werden ihn in der End-Credit-Scene von Folge 8 dann sehen, Thrawn, ähm, wie er irgendwas macht, oder so ein Hologramm oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja, und da hat man dieses großen Shadow-Council-Gedöns und er sagt auch, er hätte gerne Praetorian Guards, er möchte Bomber haben und er möchte, äh, irgendwie noch Verstärkung für seine TIE-Interceptor oder irgendwie sowas, äh, weil er auch Angst hat vor Mandalorians. Und wir haben uns ja immer so ein bisschen gefragt, was ist die Verbindung? Also warum greift irgendjemand Burkathans, äh, Burg an, ihr, ihr, ihr Schloss? Warum greift irgendjemand ihre Heimat an? Warum ist irgendjemand hinter den Mandalorians her? Was ist da los? Warum sind Mandalorians so wichtig? Und natürlich, es war immer klar, dass das Gideon ist, aber die Frage ist immer, warum? Und ich habe verschiedene Theorien in den Raum gestellt, von wegen, dass Gideon entweder selber ein Mandalorian ist oder, ich weiß nicht, was ich alles gesagt habe. Jetzt stellt sich heraus, sie sind alle der Meinung, dass wenn die Mandalorians sich wieder zusammentun und, ähm, wieder größer werden in der Anzahl und Mandalore zurückerobern, dass das, äh, gegen die ganzen Pläne der, des Imperiums oder des restlichen Imperiums gehen könnte und das natürlich zerschlagen könnte. Was mich aber, also, finde ich, bisschen fragwürdig, weil, also, aktuell haben wir 100 Mandalorians. Wieso sollten 100 Mandalorians, selbst wenn sie Mandalore zurückerobern, warum sollte das in irgendeiner Art und Weise die Pläne von diesen 6, 7 oder 8, ich weiß nicht, imperialen Offizieren irgendwie zerschlagen? Ich weiß nicht, warum die Mandalorians so eine große Bedrohung sein sollen, weil bisher haben die sich ziemlich rausgehalten aus allem, so, wisst ihr, was ich meine? Also, das verstehe ich nicht, als wenn die Mandalorianer so eine Riesenarmee wären, was sie ja eigentlich nicht sind und auch nicht in Zukunft sein werden, ähm, weil so viele Mandalorians, ich weiß gar nicht, wo du die herholen sollst, dass die da irgendwelche Pläne zerschlagen oder irgendwelche, ähm, Einschränkungen für die Imperialen machen, ich weiß es nicht. Aber sehen sie auf jeden Fall so und deswegen, ähm, geben sie Gideon dann die ganze Verstärkung. Und dann, ähm, kommen wir zu der Mission auf, auf Mandalore, wo gesagt wird, wir verlegen die Flotte jetzt nach Mandalore. Ich fand übrigens sehr cool diesen, diesen Anflug auf Navarro, wo sie mit dem, mit dem Lightcruiser da ankam und dann die Flotte und so und wie dann auch die zwei mandalorianischen Parteien aufeinandertreffen. Die Fraktionen fand ich sehr cool, hat mir sehr gut gefallen. Und dann hat, ach, sorry, ich bin, ich bin zu früh gesprungen. Und dann hat man noch dieses Ding mit IG-11 und dem, oder IG-12 besser gesagt jetzt, und dem, ähm, eigentlich so ein Mech-Suit für, für Baby Yoda, für Grogu. Und das war so ein bisschen klar, fand ich. Also es, erstens gab Leaks dazu, äh, aber ich hab mir, nach letzter Woche hab ich diesen Leaks nicht mehr vertraut, weil die Leaks auch gesagt haben, dass der Dude, äh, hier, Christopher Lloyd, dass der in einen Mandalorian spielen soll, was nicht der Fall war. Und deswegen hab ich diesen Leaks nicht mehr vertraut, von wegen, oh, Grogu wird in IG-11 sitzen und ihn kontrollieren. Hab ich nicht mehr dran geglaubt. Und dann hat aber, äh, Greef Karga gesagt, hey, ich hab noch ein Geschenk für dich. Und dann war mir klar, okay, jetzt haben wir IG-11, weil wir haben dieses Setup gehabt in der zweiten, nee, ersten Folge, von wegen, oh, IG-11 wiederbeleben und so. Und, ähm, find ich sehr cool, dass das einfach so nebenbei gemacht wurde und jetzt nicht so ein großes Thema daraus gemacht wurde, sondern er hat diesen Suit bekommen und dann sitzt er da drin, drückt die ganze Seite auf Yes and No. Und es war sehr lustig. Also, als man das, wenn man das mit einem Publikum angeschaut hat, wir haben uns alle nicht mehr eingekriegt. Es war extrem fucking funny. Ähm, ich bin echt gestorben so ein bisschen. Das ist verdammt lustig. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das anzuschauen. Ich finde, wenn ich mir das so alleine angeschaut habe, es hat halb so gut nur funktioniert und war auch nur halb so lustig, weil natürlich so die Stimmung in so einem riesigen Publikum von, ich weiß nicht, wie viel hundert Leuten, ähm, das hypt es natürlich voll auf und man steigert sich da auch so ein bisschen rein und jubelt und schreit und lacht und so an manchen Stellen. War eine sehr gute Folge, um die mit einem Publikum auf jeden Fall anzuschauen, weil halt sehr viel Cooles dabei war und sehr viele Reaktionsmomente. Und dann hat man, ähm, ja, macht man diese kleine Gruppe zusammen, baut dieses Team zusammen an Mandalorians, die nach Mandalore gehen, um dort, ähm, so eine Sicherheitszone sozusagen aufzubauen, so einen Ring, wo alles sicher ist und wo dann die anderen Mandalorians landen können. Und dann haben wir einen Bukata und dann hat Armora, was ich sehr cool fand. Ähm, Paz-Wizzle hat man dann mal, man hat Din und Grogu, äh, Cosgar Reef, Ex-Wolves und dann halt noch so ein paar No-Names, glaub ich. Ähm, fand ich sehr cool, hat mir sehr gut gefallen, dass die da so ein kleines Team zusammengestellt haben und dass sie dann ihre Mission angefangen haben. Und dann treffen sie auf Mandalore ja noch auf diese Überlebenden, die mir erst ein bisschen shady waren. Da dachte ich mir, was da los? Weil, wer sind, also, was machen sie hier? Sind das irgendwelche Imperialen oder so? Und dann hat man erst noch so ein Fight zwischen Paz-Wizzle und Ex-Wolves, der war sehr, sehr cool. Ähm, man hat dann noch diese Geschichte von Night of a Thousand Tears und wie Bo-Katan das Darksaber in Moff Gideon abgegeben hat, was ja oft so ein Mysterium war, wie hat er das eigentlich bekommen? Habe ich erst vor ein paar Wochen drüber geredet, dass Bo-Katan diejenige ist, die uns am meisten über Moff Gideon wahrscheinlich erzählen kann, weil er ja irgendwie das Darksaber von ihr bekommen hat. Und das haben wir hier bekommen und das fand ich sehr cool und es hat sehr viel, ähm, Einblick nochmal gegeben in Bo-Katan als auch einfach in die Geschichte der Mandalorians und wie eben die Mandalorian-Kultur so zerfallen ist. Weil man dachte immer so, Bo-Katan hat so ein bisschen ihr Volk in den Untergang getrieben, aber das wollte sie gar nicht. Sie war tatsächlich diejenige, die gesagt hat, okay, ich geb auf und bitte lass meine Leute in Ruhe, äh, was ja eigentlich zeigt, dass sie schon so die richtige Anführerin ist, auf eine gewisse Art und Weise. Und dann ist er einfach so ein Arschloch und sagt, nö, nö, nicht gehabt, höh, 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 äh, ich bring trotzdem alle um. Ja, ähm, war nicht so schön. Und man erfährt auch, wie die Death Watch, oder nicht Death Watch, sondern die Children of the Watch, wie die überlebt haben. Und dass es Death Watch nicht mehr gibt, sondern komplett aufgeteilt ist und gesplittert. Und dann hat Bo-Katan gesagt, irgendwie, ich glaube, dass das Problem, ähm, der Mandalorians nicht ist, dass sie irgendwie zerstört wurden oder sonst auch was, sondern dass sie sich gegenseitig halt zerstören. Und, äh, diese ganzen Clans und, äh, Gruppierungen und so. Und dass die sich gegenseitig halt eigentlich eher, ähm, auseinander treiben. Und dadurch das Volk der Mandalorians eher zugrunde geht, anstatt, dass es durch äußere, äh, Einwirkungen jemals getan werden konnte. So, und dann, ähm, treffen sie auf diese Survivor. Armora verpisst sich. Und this is where we have to think about the title of the episode. Die Folge heißt The Spies, die Spione. Und meine erste Frage, nachdem ich die Folge gesagt hab, äh, gesehen hab, die ich gefragt hab, war, wer sind die Spione? Wer sind die fucking Spione? Und dann, mein einziger Gedanke war Armora. Die gute Frau hat sich verpisst, bevor das Imperium dann angegriffen hat. Und da sag ich einfach nur, ist shady. Ist verdammt shady. Und ich vertraue dir kein bisschen. Also, man hat ihr ja noch nie wirklich vertraut. Aber dann immer ein bisschen mal wieder mehr. Und dann gab's aber vor zwei Folgen diesen Cliffhanger mit dem Beskar und der Befreiung von Moff Gideon. Und dann ist schon so ein bisschen der Fokus auf, ähm, Armora gefallen. Und war so, warum switcht sie auf einmal so zu Bo-Katan und ist netter und ist so, hey, du bist diejenige, die uns alle vereinen kann. Und so. Hatte sie irgendwelche, irgendwelche Hintergedanken dabei? Hat sie ein anderes Ziel? Was verfolgt diese Frau? Und ich finde, es ist ein großer Zufall, dass genau dann, wenn sie mit dem Schiff, womit alle gekommen sind, wegfliegt und diese Mandalorians unten auf Mandalore keine Möglichkeit haben zu fliehen, keine Möglichkeit haben, ein Signal zu senden, sie verpisst sich und dann greift das Imperium an, um die dort unten einzukesseln und die Flotte im Orbit zu zerstören. Und das finde ich sehr, hm, vor allem, es sind Spies, es sind Spione, es ist plural, der Titel. Und der eine Spion ist, finde ich, am Anfang Elias Kane, was ja, also ist jetzt ein bisschen obvious, ne, aber würde ich sagen, passt. Und ich finde, der andere ist Armourer. She is fucking shady. I don't trust her at all. Und ich bin gespannt, weil man hat auch immer noch wieder zu ihr geschnitten am Ende der Folge. Ich greife jetzt ein bisschen vorweg, aber man hat immer wieder zu ihr geschnitten, wie sie noch in diesem Schiff sitzt und wie sie dann Landeerlaubnis an der Flotte und so und ankündigt, oh, hier sind Verletzte und sie fliegt da noch so hin und fliegt durch diesen Sturm und man hat immer wieder da hingeschnitten und ich dachte mir, irgendwas passiert da noch mit ihr, aber es kam nichts und ich glaube, wir werden in der nächsten Folge einfach entweder einen Big Plot Twist haben, dass sie einfach scheißböse ist und tatsächlich die mandalorianische Kultur eher auslöschen will oder ich weiß nicht, ich weiß nicht, also wenn sie der Spion ist und mit Moff Gideon zusammenarbeitet, dann weiß ich nicht warum, weil was ist dann ihr Ziel? Warum folgt sie so krass diesem Mandalorian Way, will aber auf der anderen Seite, dass die Mandalorianer ausgelöscht werden, was ja Moff Gideon vorhat, außer dass sie irgendwelche Vorteile daraus ziehen kann und irgendwelche Vorzüge kriegt, um im neuen Imperium irgendwie einen großen Posten zu haben. Ich habe keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt, was das sein wird oder man erfährt, dass sie irgendein krasser Charakter ist, irgendein Charakter mit einer Vorgeschichte. Mal schauen. Ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall hat man dann die ganzen Mandalorians unten, die eben zur Great Forge, zu dieser Schmiede gehen, die ziemlich kaputt ist und dann kommen die imperialen Mandalorians so ein bisschen. Ich dachte erst, es wären diese Special Commandos oder Super Commandos oder wie sie heißen aus Star Wars Rebels, was ja Mandalorianer waren, die für das Imperium gearbeitet haben. Sie sahen so ähnlich aus von der Rüstung her, aber es waren sie nicht. Also es waren einfach eigentlich Stormtrooper bloß in einem Mandalorian Setup so ein bisschen von wegen Jetpack und Waffen und so und die kamen angeflogen und dann gab es eine coole Fight Sequence, hat mir sehr gut gefallen, war sehr cool, sehr viel Action dabei, war sehr gut choreografiert, Rick Famuyua hat tolle Regie gemacht in der Folge, muss ich echt sagen. Ich war ja in Staffel 1 und 2 nicht der größte Fan von seinen Folgen, aber hier in Staffel 3, ich glaube, er hat die erste Folge gemacht und jetzt Finale und also siebte und achte, glaube ich, ich glaube, er hat drei Folgen in dieser Staffel gemacht, finde ich sehr cool, hat eine sehr, sehr gute Folge damit abgeliefert, war auch gut geschrieben. Ich glaube, war die Folge nicht auch von Dave Filoni mitgeschrieben? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ja, war eine tolle Folge insgesamt. Da frage ich mich gerade, was hat Dave Filoni in dieser Folge großartig geschrieben? Weil oft kann man ja immer so ein bisschen, man merkt ja immer so ein bisschen, warum Dave Filoni in einer Folge mitschreibt oder in einer Folge selber geschrieben hat, so die Ahsoka-Folge oder der Kelloran-Back-Flashback, so. Und ich frage mich, was hat so diesen Dave Filoni-Mark an dieser Folge? vielleicht diese ganze Mandalorian-Vorgeschichte oder so, ich weiß es nicht. Wir werden es nie erfahren, was genau sein, sein großer Beitrag an dieser Folge war. Auf jeden Fall, äh, Fight-Sequenz und dann merkt man, da war ich ganz verwirrt. Auf einmal, sie waren in dieser Höhle und auf einmal, ich hab kurz geblinselt oder kurz irgendwie was getrunken oder so und auf einmal waren sie in so einem, in so einer imperialen, in so einem imperialen Flur, wo ich mir so dachte, was, wo sind wir, was ist los? Und dann waren sie da in dieser Halle und dann sieht man diese Hangars von TIE-Interceptern und allem Möglichen und ich dachte mir, oh, what? Hä? Ähm, ich war sehr verwirrt in dem Moment, aber ich fand es sehr, sehr cool, weil man hat sich ja schon immer so ein bisschen gefragt, warum gehen sie nicht einfach zurück nach Mandalore? Ist irgendwas auf Mandalore? Warum müssen sie Mandalore zurückerobern? Ähm, ist vielleicht Thrawn auf Mandalore oder so? Man hat sich das vor allem so am Ende von Staffel 2 war so diese große Frage und jetzt weiß man es, dass sich Gideon da die ganze Zeit versteckt hat über die ganzen Jahrzehnte äh, oder Jahre und da einfach seine Festung aufgebaut hat und sein, sein Hideout und es ist natürlich, es ist, es ist ideal. Ein Planet, der vergiftet und verflucht ist, wie alle immer denken, ähm, um sich da zu settlen und zu sagen, hier mach ich meine Basis auf, weil hier kommt eh niemand her. Ähm, ist natürlich sehr optimal und sehr cool, aber das ist echt krass und dann hat man da natürlich den Moment, wie Gideon in seinem Mandalorian-Anzug runterkommt und er hat so einen Mandalorian-Helm und er hat diese Hörner wie bei Darth Maul so ein bisschen und er hat einen neuen, ähm, Dark Trooper-Suit so ein bisschen gemacht, so, jetzt halt Iron Man-mäßig, wo er selber drin ist, aus Beskar. Er klärt so ein bisschen auch, äh, warum Beskar irgendwie ihn gerettet hat aus diesem Shuttle, aber ich glaub immer noch, es war Armorer. Ich glaub, ich trau dieser Frau nicht nach dieser Folge und, äh, er kämpft gar nicht, was ich ein bisschen schade fand. Ich hätte ihn gern kämpfen gesehen, aber ich glaub, das heben sie sich eben für die nächste Folge auf. Din wird gefangen genommen. Die anderen Mandalorians sind zwischen zwei Türen gefangen. Din wird gefangen genommen und dann, äh, weggebracht und ich hatte kurz einen Moment, wo ich mir dachte, stirbt er jetzt echt? Aber nein, ich glaub, er stirbt erst in der nächsten Folge. Ich bin immer noch nach dieser Staffel, ich bin stark der Meinung, dass Din Djarin sterben sollte im Finale. Um Grogu neuen Antrieb zu geben, um den Mandalorians neuen Antrieb zu geben, er opfert sich so ein bisschen, ähm, könnte ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Er opfert sich, um Grogu zu schützen, sowas in die Richtung, was so ein bisschen wie Paz Whistler diese Folge war, der sich ja geopfert hat, um die anderen Mandalorians zu schützen. Weil, ich finde, mit Grogu sind wir momentan an dem Punkt, wo es einfach nicht weitergeht. Der existiert einfach und hat ab und zu ein paar nette Auftritte, aber insgesamt, es ist nicht, er kommt in seiner Entwicklung nicht voran. Und ich glaube, dass das Einzige, wie Grogu wirklich vorankommen kann, ist tatsächlich der Tod von Mando. Ähm, was natürlich dann noch mehr, die den Stab an Bo-Katan übergibt, die jetzt aktuell der Hauptcharakter ist und The Mandalorian ist. Und da hat Rick Famayua auch beim Lucasfilm Showcase Panel drüber geredet, dass die dritte Staffel sehr anders ist natürlich, ähm, weil die dritte Staffel auch sehr damit spielt, was der Titel überhaupt bedeutet, auf wen sich der Titel bezieht. Who is The Mandalorian? Und so weiter und so fort. Und das finde ich sehr cool. Ich finde es ein cooles Konzept, weil ich, ich freue mich, nicht, wenn Serien, ähm, sich Sachen trauen, indem sie zum Beispiel ihren Hauptcharakter auswechseln. Aber nicht auswechseln im Sinn von, oh, äh, der hat keinen Bock mehr, der Schauspieler, wir holen jemanden neuen ran und das ist der neue Hauptcharakter. Wisst ihr, was ich meine? Sowas meine ich jetzt nicht. Ähm, Sondern wenn, wenn mit dem Titel irgendwie gespielt wird. Und das finde ich cool. Weil letztendlich, klar, es, der Titel kann sich auf jeden beziehen. Und es kann sich auf jeden Mandalorianer in dieser Serie beziehen. Deswegen, finde ich cool. Ist so ein bisschen wie, ach, an was erinnert mich das? Ja, es ist grundsätzlich eigentlich so wie die Folgentitel, die sich oft auf mehrere Leute gleichzeitig beziehen können. So, diese Folge mit The Convert. Wer war der Convert in dieser Folge? War das Bo-Katan? War das Dr. Pershing? Oder war es Elias Cain? Es sind so, es sind immer so Interpretationen da. Ähm, oftmals bei diesen Folgentiteln. Folgentiteln. Und das finde ich, finde ich toll. Ähm, dementsprechend, ich bin gespannt, äh, wie es weitergeht. Oder wie, vielleicht, ich könnte, ich könnte mir vorstellen, dass den Genre stirbt. Ich könnte es mir vorstellen. Natürlich mit dem Knowledge jetzt, dass wir einen Mandalorian Cinematic Film kriegen, um das Finale dieser ganzen Serien zu erzählen von Dave Filoni, wäre natürlich dann auch ein bisschen eine dumme, möglich, also eine dumme, äh, vergeudete Chance diesen Charakter, der mittlerweile echt so ein Aushängeschild für Star Wars geworden ist, den halt davor zu töten und nicht in diesem Film zu benutzen, um Hype für den Film zu kriegen. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, ähm, aber gleichzeitig hat man halt Grogu, der halt noch mehr Leute, glaube ich, anziehen würde. Egal, ähm, darüber reden wir wann anders. Wir reden jetzt erst noch über das Ende der Folge. Bo-Katan nimmt das Darksaber, rettet die Leute, während, äh, und er opfert sich und er kämpft am gegen, ähm, kämpft am Ende gegen die Praetorian Guards, was sehr cool ist, war ein sehr cooler Moment, ähm, bin ich echt ausgerastet. Ich, mein Freund meinte, ich war einer der einzigen, der in dem Moment, ähm, wirklich ausgerastet ist bei den Praetorian Guards. Ich war so, ah, 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 weil ich bin trotzdem, obwohl, ich meine, wir wissen alle, die Sequels haben Probleme. Die Sequels haben große, große Probleme und ich bin, ich bin kein Sequel-Hater, ich bin kein Sequel-Lover, ich bin ein Sequel-Defender, weil ich finde, trotzdem sollte man diesen Filmen eine Chance geben und, ähm, es gibt Aspekte von jedem dieser Filme, der gut ist, es gibt Aspekte, die sind schlecht in jedem dieser drei Filme, ähm, insgesamt kann man, insgesamt bin ich einfach so, ich respektiere sie dafür, dass sie Star Wars sind und ich akzeptiere sie und ich toleriere sie und ich liebe The Last Jedi und ich mag Force Awakens und The Rise of Skywalker mal mehr, mal weniger, aber ich bin trotzdem letztendlich jemand, der freut, wenn dieser Content irgendwie weiter in Star Wars verarbeitet wird und Praetorian Guards ist halt einfach The Last Jedi fucking genius, weißt du, also dieser Endkampf in The Last Jedi ist für mich einer noch der besten Star Wars Kämpfe, die wir bisher bekommen haben mit diesen Praetorian Guards und wenn die dann da abschauen, na, abschauen, ähm, abschauen, show up, ähm, aufkommen, dann raste ich natürlich aus und dann freue ich mich und das, äh, ja, finde ich schön, dass ich da einer der lautesten Leute in diesem Saal erscheinen war, ähm, der sich über diese Praetorian Guards gefreut hat und, äh, die wurden tatsächlich auch davor schon geleakt vor über einem Jahr bei den Dreharbeiten, ähm, wurden Helme davon geleakt, die da so rumlagen, ähm, hat sich bewahrheitet, hat trotzdem in diesem Moment kein bisschen weniger gering gemacht, also, toll und ich bin immer jemand mit Leaks, ich hab so, ich mag, was ich nicht mag, sind Plot-Leaks, also wenn mir, oder Skript-Leaks, wenn mir jemand so wirklich eins zu eins den Plot aufschreiben kann, ähm, und ich mir den durchlese und dann den Film anschaue und dann ist es so, ja, das ist genau, was passiert ist, das finde ich schade, aber wenn ich so Teile weiß, oder Casting-Leaks, finde ich auch nicht schlimm, ich finde Casting-Leaks nicht schlimm, oder wenn ich irgendwie ein Set, irgendwie Leaks sehe von, oh, da sind Praetorian Guard Helmets, so, okay, klar, das kann mir irgendwas über die Staffel verraten, aber keine Ahnung, so, ist, der Moment kann trotzdem noch krass sein und deswegen, ich freue mich über sowas, äh, wenn ich sowas zu sehen kriege und das war eigentlich das Ende der Folge, Perse Wissler stirbt, Din ist gefangen und die anderen Mandalorianer fliehen, es ist ein Mandalorian davor, glaube ich, noch durch diese Öffnung geflogen, um die anderen ja zu warnen oder um Hilfe zu holen, ich weiß nicht, wie er das schaffen wird, ich bin sehr gespannt auf nächste Woche, nächste Woche ist nochmal Rick Farmer Yuga, finde ich sehr cool, dass er beide Folgen macht, fühlt sich dadurch, glaube ich, sehr, ähm, cohesive an und sehr, äh, wie eins und ich bin echt gespannt, wie es nächste Woche ausgeht, weil ich glaube, es kann viel passieren nächste Woche und ich glaube, es wird viel Action nochmal geben, äh, ich glaube, Din und natürlich, Din, wobei, vielleicht kämpft auch Bo-Katan gegen, gegen Moff Gideon, aber ich glaube, Din kämpft gegen Moff Gideon, ähm, und es ist so ein bisschen eine Parallele, eine Parallele zu Staffel 2, weil in Staffel 2 hat Din ein Team assembled, zusammengestellt, um, Grogu zu retten und ich glaube, Bo-Katan wird jetzt so ein kleines Team zusammenstellen, um eben Din zu retten und ich könnte mir vorstellen, ähm, nachdem Rick Famayua gesagt hat, dass wir in den letzten 2 Folgen oder vor allem im Finale so alle Fäden oder viele Storylines aus Book of Boba Fett als auch Mandalorian vereinen werden, könnte ich mir vorstellen, dass Bo-Katan zum Beispiel jemanden wie Boba Fett und Fennec-Shan holt, um Mando zu retten und dass Grogu dabei sein wird, vielleicht kommt eine Sabine oder eine Ahsoka, who knows, who knows, ähm, sie hätten natürlich auch viele Mandalorians dabei, also ich glaube, sie wird so ein kleines Team trotzdem assemblen, so, so ein bisschen wie letzte Staffel, ich glaube, so eine kleine Parallele wird es sein und ich glaube, irgendjemand wird im Finale noch sterben, könnte ich mir vorstellen, ähm, oder irgendwas wird krasses passieren im Finale, ich glaube, wir werden auf einem Cliffhanger enden, weil ich glaube, wir sind hier so ein bisschen an dem Punkt, so Empire Strikes Back mäßig, so, wo wir nicht unbedingt damit enden, dass die, dass wir, dass unsere Helden und unsere Protagonisten gewinnen, ich glaube, wir müssen so an dem Punkt sein, wo der Antagonist gewinnt und ich glaube, wir werden so einen Cliffhanger haben, so ein bisschen, so ähnlich vielleicht wie ein Bad Batch, dass irgendjemand entführt wurde oder irgendjemand, was, sowas in die Richtung, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass sowas passieren wird und dann, glaube ich, kriegen wir eine Endcredits-Scene mit, äh, Thrawn oder Ahsoka oder eins, beides, who knows und dann kommt da so, Ahsoka coming August, was wir jetzt eh schon wissen, äh, vor allem, ich glaube, vor allem so der Thrawn-Reveal, den es ja beim Ahsoka-Panel gab, ich glaube, dass der halt extra beim Ahsoka-Panel gemacht wurde für die Leute vorab, aber dann trotzdem zwei Wochen später könnten alle Leute ihn sehen, so ein bisschen vielleicht, maybe, who knows, ähm, ich denke auch immer, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass Sabine nicht auftaucht irgendwo, weil Sabine wurde ein Jahr vor den Ahsoka-Dreharbeiten schon gecastet und da hat Mandalorian-Staffel 3 gedreht und ich finde, das ist eine komische Coincidence, dass Sabine so viel früher gecastet wurde. I'm just saying, I'm just saying. Gut, wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Mandalorian-Reaction, es kommt in den nächsten Tagen noch Saber-Celebration-Content und Recaps und ich rede noch über die Film-News, die angekündigt wurden und alles, also stay subscribed. Wir hören uns das nächste Mal wieder, abonnieren, teilen, liken, wenn es euch gefallen hat und möge die Macht mit euch sein. Bye, bye!